Herzlich Willkommen auf Consutec. Herzlich Willkommen auf Consutec. Herzlich Willkommen auf Consutec. Fassend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlass das ideale Equipment vom entspannten Brandschwiss zum geselligen Abendessen. Der Fiesta 3 in 1 Sandwich Doster von Russell Hobbs vereint durch seine austauschbaren Platten drei Geräte in einem und bietet so eine große Vielfalt. Mit dem 3 in 1 Sandwich Doster kann sowohl gegrillt als auch dickere Sandwiches und Waffeln zubereitet werden. Mit 750 Watt bietet das Gerät zudem eine hohe Leistung. Außerdem ermöglichen die speziell geformten Platten die Zubereitung von Gebäck, Besadelas und Omelettes. Ein weiterer Vorteil, der 3 in 1 Sandwich Doster lässt sich vertikal aufstellen und kann auf diese Weise besonders platzsparend in jedem Küchenregal verstaut werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Sandwich Maker Test ist der Tefal SM 1552. Köstliche Sandwiches in wenigen Minuten, ultrakompaktes Format zum einfachen Verstauen. Dank der Antihaftbeschichtung immer wieder schnell sauber. Zwei Antihaftbeschichtete Toastplatten schneiden Toast in zwei Hälften. Wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, automatische Temperaturregulierung, vertikale Lagerung möglich, Kabelaufwicklung, Farbe Edelstahl schwarz, Leistung 700 Watt, ultrakompaktes Format zum einfachen Verstauen, inklusive Kabelaufbewahrung, einfach zu reinigen dank der Antihaftbeschichteten Toastplatten. Verriegelungssystem für maximale Sicherheit. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.